Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Podcast. Heute die Folge Nummer 35 wieder mit einer geführten inneren Heilreise. Schön bist du dabei. Mein Name ist Ravon Gartmann. Wie letzte Woche möchten wir auch heute oder machen wir auch heute in dieser Folge eine innere Heilreise zusammen. Es scheint mir im Moment das Wertvollste zu sein, dass ich solche innere Heilreisen zur Verfügung stelle. Gerade auch hier auf dem kostenlosen Podcast. Weil diese Art von Heilung etwas ist, was einfach für alle und jeden zur Verfügung stehen sollte. Die Erfolge, die ich miterleben darf und dem, was geschieht, wenn ich mit den Menschen so arbeite, das ist so unglaublich, unglaublich schön und einfach, ja, es erfüllt mich mit ganz, 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 ganz tiefer Dankbarkeit. Und deshalb möchte ich das auch gerne so weit wie möglich teilen. Mach es dir bequem für diese innere Reise. Such dir einen Ort, wo du ungestört bist. So die nächste halbe Stunde, circa eine halbe Stunde wird das gehen. Und ja, sonst mach kurz Pause. Wenn du jetzt noch nicht so eingerichtet bist, drück auf Pause. Mach es dir bequem. Es soll dir wirklich gemütlich sein. Erst kurz ein, zwei Worte zu der Art dieser inneren Reise. Was wir hier machen, ist keine Fantasiereise. Es ist nichts, was wir uns vorstellen oder nichts, was wir irgendwie in Bildern oder überhaupt etwas Begrifflichem tun würden, sondern es ist schlussendlich ein Nicht-Tun. Keine Angst. Jetzt kommt nicht irgendeine komplizierte Anleitung. Diese Art von Heilen, es einfacher könnte es nicht sein. Und das Wunderschöne ist, diese Art von Heilreise hat nichts damit zu tun, dass jetzt meine erleuchtete Superenergie zu dir fließt und dich heil macht, sondern es ist deine eigene Kraft, die dich selbst heilt. Und das macht diese Heilung so unfassbar schön, weil jeder und jede von uns hat die höchste Heilkraft nicht in sich, sondern du wirst sehen, dass wir die sind. Jeder und jede von uns ist in seinem Sein, in ihrem Sein, die höchste Heilkraft, die es gibt. Und diese innere Heilreise, die wir hier gemeinsam machen, die hilft dir dabei, diese höchste Heilkraft, die du bist, dahin zu bringen, wo du sie benötigst. Es ist also etwas, was den Kreis in dir schließt, ohne dass du etwas von aussen benötigst und somit auch ohne, dass du jemals von irgendetwas abhängig sein wirst. Wenn du diesen Weg so gehst, dann findest du ihn wahre, innere Freiheit. Der Slogan von Fang an zu leben, von Anfang an. Sowas wie Finde echte innere Freiheit oder so stand da jeweils unter dem Fang an zu leben Logo. Ganz genau, darum geht es. Eine Freiheit, die so weit geht, dass du schlussendlich sogar deine Angst vor dem Tod verlierst und überhaupt alle Ängste in dir. Kein Joke. Und nicht nur die Ängste, sondern auch die körperlichen Auswirkungen von diesen Ängsten, von den Schatten in dir. Weil körperliche Krankheit ist nicht irgendein Zufall oder irgendein Defekt, der einfach so auftritt, wie es Menschen glauben, die davon ausgehen, dass die Physis das Wesen produziert und nicht umgekehrt. Aber es ist umgekehrt. Die Physis ist eine Auskristallisation aus dem Wesen dahinter. Also mit Physis meine ich die stoffliche Welt. Also alles, was wir in den Feldern dahinten tun, dahinter, im Wesen, im wahren Wesen der Dinge, verändert auch die stoffliche Welt. Und so ist es nicht erstaunlich, dass ich mehr und mehr und mehr, immer mehr Feedbacks bekomme von Leuten, die mir erzählen, hey, durch die Arbeit mit dir ist Folgendes in meinem Körper auch geheilt. So geht das. Aber auch nicht in Form von einer Zing, du bist heil innerhalb von Millisekundenweise, sondern es sind Prozesse, in die wir gehen. Es sind Selbstheilungsprozesse, in die ich dich mit dieser Art von Arbeit ganz genau hineinleite und dir auch die Einfachheit davon wirklich übermitteln kann, während wir das tun. Und vielleicht hast du heute eine innere Reise, die der totale Durchbruch ist und du merkst, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade eine Last verloren, die mich schon Jahrzehnte quält. Und du merkst, oh mein Gott, ich kann schon spüren, wie sich mein rheumatisches Knie sofort anfängt zu verändern und ich kann merken, schon gleich nach der Meditation, dass da nicht mehr so Schmerzen sind und sowas. Das ist völlig im Rahmen des Möglichen. Es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, das war ganz interessant, ich habe gemerkt, dass tatsächlich etwas in mir geschieht, aber das war mehr wie ein erstes Anklopfen an der Thematik, die ich lösen muss. Und beides ist gleichwertig. Klar lieben wir diese Schlüsselmomente, wo der grosse Durchbruch kommt, aber diese Schlüsselmomente sind in sich nicht die Alleinwahren, sondern jeder Schritt daraufhin war genauso wichtig und ist genauso wichtig wie der Moment, wo dann etwas Grossartiges passiert und wir halt sozusagen von einer Minute auf die nächste einfach frei werden von etwas, was uns schon ein Leben lang belastet hat. Was ich damit sagen möchte ist, lerne ein gesundes Mass an Geduld. So wie es, und ich weiss, das sage ich immer und täglich und in jeder Meditation, aber es ist einfach so schön der Vergleich, wie es ein Gärtner oder eine Gärtnerin in seinem, ihrem Garten tut. Das hier, der Ort, in dem wir zusammen arbeiten, das ist ein innerer Garten. Und durch diese Arbeit, die wir machen, pflegst du diesen inneren Garten. Dadurch wird er gesund, dadurch wird er blühen, dadurch wird er Früchte tragen. In seinem Tempo, in seinem Flow. Alles, was du dazu beiträgst, ist Liebe, liebevolle Aufmerksamkeit, göttliche Präsenz, einfach hier sein. Und der Rest geschieht. So, und jetzt möchten wir uns ohne weitere grosse Worte an die Arbeit machen. Während der ganzen inneren Reise wirst du nie den Bezug zur Wirklichkeit verlieren, wie du sie dir gewohnt bist. Du wirst immer du sein. Es ist alles eine sehr entspannte Sache. Vielleicht gibt es mal was, was dich aufbringt, was dich nervös macht oder aufgeregt. Aber keine Angst, wenn sowas mal kommen würde, dann ist das temporär. Du wirst feststellen, wie sich das wieder legt und du wirst dich immer in einem geborgenen Rahmen befinden. Dafür sorgt die Art der Arbeit, die Art, wie ich dich hier hineinleite und die natürlichen Umstände, die wir dann nutzen können für diese Heilarbeit. Schließe nun deine Augen. Werde einen Moment ruhig. Atme ganz tief durch. Gleich nochmal. Werde ruhig und atme ganz tief. Genau. Alles gut, du hast es perfekt gemacht. Nun nimmst du beide Hände, die linke und die rechte, legst sie Handinnenfläche auf Handinnenfläche und fühlst in die Berührung der Haut. Wenn du schon frühere Meditationen mit mir kennst oder mit mir gar im Coaching arbeitest und in Gruppensitzungen bist oder auch die letzte Folge gehört hast, dann kennst du das schon, was wir jetzt hier machen mit den Händen. Lass dich trotzdem und gerade deswegen wieder voll darauf ein. Du wirst jedes Mal tiefer kommen mit dieser Übung. Also Hände aufeinander gelegt. Du fühlst die Wärme. Du fühlst die Berührung. Du fühlst diese Berührung mit den Händen. Als Hände, die aufeinander gelegt sind. Ja, genau so. Das ist schon alles. Nichts ist mehr von dir erwartet. Es ist perfekt. Du machst es perfekt. Genau so. Es geht hier um ganz simple Dinge. Nie ist etwas von den Dingen, die ich sage, kompliziert gemeint. Okay, jetzt kannst du die Hände wieder voneinander lösen. Und dann wählst du dir eine gebende Hand und eine empfangende Hand. Und mit der gebenden Hand beginnst du über die Handinnenfläche der empfangenden Hand zu streichen. Mit den Fingerkuppen. Und dann dehnst du das Streichen aus über das Handgelenk Unterseite, Oberseite, den Handrücken, die Fingerrückseite und dann wieder über die Handinnenseite nach unten. So. Und jetzt gibst du die Zügel frei. Du kannst hoch und runter streichen, du kannst kreisen, du kannst hin, wo du willst, an beiden Handseiten und an beiden Seiten vom Handgelenk und streichst einfach mit der gebenden Hand die empfangende. Das ist schon alles. Mit deiner Aufmerksamkeit gehst du in die empfangende Hand. Du wirst zur empfangenden Hand, fühlst als empfangende Hand, wie du berührt wirst. Und auch hier wieder. Das ist schon alles. Du musst nicht weitersuchen. Du machst es bereits. In dem Moment fühlst du tatsächlich als empfangende Hand, wie du berührt wirst. Und während du das tust, entsteht eine bestimmte Atmosphäre. Diese Berührung hat eine Atmosphäre. Anders als einfach die Information von Berührung. Wenn du beispielsweise Kaffee eingießen möchtest. Und normale Alltagssituation. Nicht besonderes Ritual. Dann wäre es wieder anders. Das ist aber eine normale Alltagssituation. Du nimmst die Kaffeekanne. Du spürst den Griff der Kaffeekanne als Information. Berührung an den Händen. Also schliessst du die Hand, um den Kaffeekriff zu umklammern. Du kriegst als Information Druck stärker. Dann weisst du, es hält. Und dann hebst du die Kaffeekanne. Das ist eine rein praktische Berührung, in der du nicht wirklich mit deinen Sinnen in der Hand bist, sondern vom Kopf aus als Kontrollzentrum agierst, um keinen Kaffee zu verschütten. Aber das, was du hier machst, und jetzt kannst du nochmal anfangen, deine Hand zu streichen, falls du nicht immer noch dran bist, ist auch gut. Was du hier machst, wenn du zur Hand wirst und diese Berührung fühlst als empfangende Hand, dann ist etwas anderes. Hier kommst du mit dem Lebendigen in Kontakt. Hier entsteht eine Atmosphäre aus dieser Berührung, weil du wirklich wahrnimmst und nicht nur die Information aufnimmst. Und jetzt lass uns mit diesem lebendigen Feld, mit dieser Atmosphäre, die entsteht, ein bisschen experimentieren. Unterseite Handgelenk. Streiche da drüber mit der gebenden Hand. Mit deiner Aufmerksamkeit wirst du zu dieser Unterseite Handgelenk. Und fühlst die Berührung. Ganz genau so. Ja. Einfach schön weitermachen. Fühlen und fühlen und fühlen. Das ist ein lustiges Gefühl, ja. Wenn man wirklich so reingeht mit der Aufmerksamkeit. Das ist ganz schön cool. So, jetzt ist eine ganz bestimmte Atmosphäre entstanden. Die meisten würden die als eher lieblich, leicht und nett bezeichnen. Handgelenk unterseite. So. Kann auch sein, dass du andere Worte dazu finden würdest. Das ist in Ordnung. Jetzt gehst du auf den Handrücken. Kreis da mit der gebenden Hand und du wirst zum Handrücken. Fühl als Handrücken diese Berührung. Ganz genau. Machst das perfekt. So. Lässt dich darauf ein. Fühl immer weiter. Die hand, die gebende Hand kreist und du fühlst als Handrücken diese Berührung. So. So langsam hat sich die Atmosphäre aufgebaut. Das ist ein ganz anderer Ort, ja. Das ist wie in einem anderen Zimmer. Oder als ob das eine andere, ja nicht gerade andere Sprache spricht. Das wäre zu weit entfernt. Ein anderer Dialekt. Und dann. Das ist einfach eine andere Atmosphäre. Tatsächlich. Bildlich oder in andere Sinne übersetzt wie eine andere Farbe oder ein anderer Klang. Dieser Ort ist anders. Und gehst du zur Handinnenseite Mitte. Kreis da über diesen sensiblen Punkt, den es da gibt in der Mitte. Und dann lässt du die Kreise ein bisschen grösser werden. Und kreist über die ganze Handinnenfläche. Du wirst zur Handinnenfläche. Fühl das als Handinnenfläche. Ja. Sei mit dir zufrieden mit dem Ergebnis, das du jetzt hast. Als Handinnenfläche zu fühlen. Ist schon gut, weisst du. Es gibt einzelne von euch, die sind jetzt halt auch aus der Geschichte heraus so verletzt, dass das ein bisschen schwierig ist, wirklich so intim in dieses Fühlen zu gehen. Und das heisst nicht, dass du dumm bist, wenn du jetzt das Gefühl hast, hä, irgendwie kriege ich das nicht so hin, wie ich sollte, glaube ich. Ah, mach nichts, alles gut. Es ist perfekt. Es ist perfekt, wie du das machst. Und dann lässt du dich richtig ein auf diese Wahrnehmung. Ah, da kommt sie, die Atmosphäre. Das ist die Atmosphäre der Handinnenseite. Sehr berührend. Wieder ganz anders. Ein anderer Wesensanteil ist hier von dir. Was du jetzt nämlich wahrnimmst, dass diese Atmosphären kommen, ist nicht mehr die reine stoffliche Berührung der Hand und die Übertragung über Nervenbahnen bis ins Hirn und das Bild, das dann entsteht von Info und so, sondern das hier ist wirklich Kontakt mit dem lebendigen Feld dahinter. Das heisst, die Atmosphäre hat immer etwas mit dem Feld hinter der stofflichen Wirklichkeit zu tun. Wenn du kreativ bist oder gar Künstler, Künstlerin, dann weisst du absolut, was ich hier meine damit. Das sind Dinge, die kann man nicht in Worte fassen. Woher kommt Kunst? Woher kommt die Eingebung für eine Melodie, für ein Bild, für einen Text? Was ist Kreativität? Aus was für einem Kontakt entsteht das? Es hat immer mit etwas Lebendigem, mit dem Wesen von etwas zu tun. Also jeder Mensch hat ein Wesensfeld, aber sogar jeder Ort, sogar jeder Gegenstand gehört zu einem Wesensfeld. Alles, die gesamte stoffliche Wirklichkeit ist Ausdruck von Wesensfeldern und in ihrer Gesamtheit dann natürlich auch wieder von einem grossen. Das heisst, das Universum als Ganzes ist auch ein Wesensfeld. Diese Wesensfelder sind lebendig. Mit denen können wir in Kontakt gehen. Und natürlich, wenn wir von Heilung sprechen, mit welchem Wesensfeld, oder von Selbstheilung, mit welchem Wesensfeld, wollen wir da wohl in Verbindung gehen? Natürlich mit unserem eigenen. Und deshalb kannst du dich jetzt nochmal entspannen. Vergiss mal kurz alles, was dich jetzt da beschäftigt und über was du nachdenkst, wegen dem, was ich gerade alles erzählt habe. Und lass dich locker. Atme einmal tief durch. Das heisst jetzt nicht, dass du nicht mehr denken darfst oder sowas. Auch so ein Mist können wir gleich auf den Papierkorb knallen. Und sobald man irgendwie anfängt, kontrollieren zu wollen, was in einem passiert. Wie mit diesen Meditationspraktiken, wo man die Aufgabe hat, nicht mehr zu denken. Na schön. Schön dann. Wie lange? Na, das bringt alles nichts. Dann ist man im Widerstand. Heilung ist das Gegenteil von Widerstand. Das heisst, alles, was gerade in dir passiert, egal wie, Es ist in Ordnung. Dann kommst du in einen heilenden Zustand. Tatsächlich. Gut. Und jetzt füllst du mal in den Körper hinein. Nimm deinen Körper von innen wahr. Und auch hier wieder nichts Kompliziertes ist gemeint. Nimm einfach nur die Atmosphäre in deinem Körper wahr. Ende. Gut. Super. In der letzten inneren Reise hier im Podcast vom letzten Sonntag haben wir uns dem Magen gewidmet. Wir werden auch heute wieder hier hinkommen. Als erstes bitte ich dich, lege deine Hände am besten so aufeinander gestapelt auf deinen Magen. Und dann fühlst du mit dem Bauch, wie deine Hände auf deinem Magen liegen. Liegen. Jetzt fühlst du mit dem Bauch wie deine Hände auf deinem Magen liegen. Das ist schon alles. Ich meine gar nicht mehr nichts Kompliziertes. Es ist das, was du tust, genau richtig. Du bist jetzt mit deiner Aufmerksamkeit im Bauch. Und zwar in deiner Magengegend, genau an der Haut, wo deine Hände deinen Bauch berühren. und von da lässt du nun los und lässt dich so rückwärts nach hinten gleiten. Innerlich, ja, symbolisch gemeint. Das ist eine Geschichte, die ich erzähle zu einer inneren Bewegung. als ob du dich nach hinten gleiten lassen würdest. Und jetzt bist du bereits im Feld des Magens. Herzlich willkommen. Das ist das lebendige Wesen, aus dem dein Magen entsteht, zu dem dein Magen zugehörig ist. Vielleicht kannst du sogar das Ziehen fühlen jetzt im Magen. Ein Druck, vielleicht hast du Hitzewellen durch den Körper, vielleicht siehst du Bilder, vielleicht schöne oder bedrohliche. Ist alles okay? Ist alles okay? Egal, was du jetzt fühlst, es ist okay. Atme nochmal tief durch. Richtig tief. Atme richtig tief durch. Ganz genau. Weisst du, du hast hier Teile, Anteile von dir in deinem Magen. Da geht es dir fürchterlich. Du wirst das wahrscheinlich jetzt merken, dass da sowas ist in dir. Oder zumindest erahnen. Erahnen, dass ich da eine Wahrheit ausspreche, wenn ich sage, es gibt hier etwas, wo du dich fürchterlich fühlst, in diesem Feld. Weisst du, wie man das heilen kann? Weisst du, was das überhaupt ist? Dieses komische Gefühl, was da ist, oder dieses düstere Bild vielleicht, wenn du es visuell siehst? Oder diese Spannung im Körper? Oder diese Ahnung, dass da etwas ist? Eine unangenehme Ahnung, ja? Habe ich recht? Das ist der Kontakt mit dir selbst. Mit einem Teil von dir, in dem es dir furchtbar schlecht geht, weil du furchtbare Dinge erlebt hast und zu furchtbaren Schlüssen gekommen bist, wer du bist in deinem Wesen. Du hast angefangen zu glauben, dass du schlecht und wertlos bist. klingt das hart? Es ist wahr. Die Umstände in uns sind hart, zum Teil sehr hart. Wenn wir das mit Blumenduft etwas aufpäppeln wollen und einfach nicht hinsehen, dann werden sie immer hart bleiben, diese Umstände in uns. ändern können wir es erst, wenn wir als erstes dazu stehen, wie es in uns wirklich aussieht. Und mein Gott, es gibt Ecken. Hm. Da würdest du am liebsten nicht hinsehen. Aber sie sind da. Und solange du nicht hinsiehst, werden sie da bleiben. Das ist eine sehr kindliche Vorgehensweise, zu glauben, dass etwas verschwindet, weil man nicht hinseht. Aber tatsächlich sind wir Menschen immer noch Kinder in diesem Verhalten. Guckt doch mal an, wie wir mit dem Planeten umgehen und alles. Wir glauben, die Probleme verschwinden, wenn wir nicht hinsehen. Oder wenn wir dann hinsehen, dann kommen wir in einen Überaktivismus. Und wir glauben, alles in Ordnung bringen zu müssen oder zu können, indem wir einfach nur noch rotieren, wie ein durchgedrehter Kreisel. Und beides hilft nicht weiter. Beides hilft nicht weiter. Es gibt etwas, was weiterhilft, und das ist viel simpler, viel unanstrengender, als diese beiden Möglichkeiten, die wir normalerweise nutzen. Überaktivismus oder Wegsehen, beides sehr, sehr anstrengend. Es gibt noch Hinsehen, aber entspannen. Hinsehen und entspannen. Hinsehen und ruhig werden. Hinsehen und einfach sein. Wieso in aller Welt sollte das etwas bringen? Es hat damit zu tun, was du bist. Dein Sein ist nicht einfach eine Videokamera, die dir ein Bild überträgt. Ja, wem denn? Deinem Sein. Was ist denn dein Sein? Dein Sein hat nicht mit deinen Sinnen, nicht mit den Augen, nicht mit den Ohren, mit nichts von alledem zu tun. Was ist eigentlich dein Sein? Stopp mal. Riesen Fragezeichen. Was ist dein Sein? Kann mir mal jemand einen Spiegel reichen? Schwierige Sache, ja? Im Spiegel sieht man nämlich auch nichts. Sein, das, was du bist, in deiner Essenz hat weder Form, noch kennt es Zeit. Form und Zeit ist nicht auf dieser Seite. deines Seins zu suchen, also nicht auf der wahrnehmenden Seite. Warum ich das weiss? Die Nahtzollerfahrung, das Übergehen, aus der stofflichen Dimension, in die Felddimension, da durch die verschiebenen Ebenen hindurch, das Treffen der Spirits, und dann, denke mal, die meisten von euch ich habe den Bericht gesehen von meiner Nahtoderfahrung, ich habe mich aufgelöst zum Schluss. Und ich habe mich total aufgelöst. Und war ich dann nichts mehr? Nein, im Gegenteil. Ich war die absolut schönste Sache, die man sich vorstellen kann. Ich war reine Liebe, reine Göttlichkeit, reines Licht, aber darüber hätte ich mir keine Gedanken machen können. Wie denn? Es gab ja nichts, womit ich das vergleichen konnte. Es gab ja keine Form, keine Zeit. Es war der ewige Augenblick. Ich bin nicht in ihn eingetaucht, sondern ich habe mich so weit in meine Essenz zurückbewegt, dass ich nur noch das war. Das, was ich schon immer war und immer sein werde. Das, was du schon immer warst und immer sein wirst, das wirst wir alle schon immer waren und immer sein werden. Die höchste Göttlichkeit, Liebe und Licht. Ich habe das nicht im ersten Moment begriffen, auch nicht nach 10 und auch nicht nach 20 Jahren. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, um das so richtig zu begreifen. Dass ich nicht zu Hause, nach Hause zu Gott oder sowas gegangen bin, sondern dass ich einfach ganz und gar ich selbst geworden bin. Dass ich Gott bin. Dass jeder von uns und alles, was ist, Gott ist. Das Sein, das ist Gott. Wir bestehen aus zwei Teilen, die eigentlich dasselbe sind. Ein Teil ist der Betrachtende und ein Teil ist das, was wir betrachten. Als betrachtender Teil sind wir immer ohne Form und deshalb bleibt uns hier das göttliche und die vollendete Liebe immer erhalten. Das, was wir betrachten, das hat Form. Das heisst, wir kommen ins Leben, wir erleben, wie mit uns umgegangen wird, und wir machen unsere Erfahrungen und beginnen zu interpretieren, was wir sind. Das heisst, wir haben so etwas wie eine Fläche, auf die wir gucken, in der wir kreieren können, in der wir Vorstellungen über uns tatsächlich kreieren können und in der wir die Möglichkeit haben, von falschen Vorstellungen immer mehr zur Wahrheit über uns hinzukommen. Das ist eine absolut abgefahrene Sache, dass das Leben so ist und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das möglich ist. Glücklicherweise ist das für den Erfolg von Selbstheilung auch nicht tragend. Auch wenn wir nicht wissen, warum die Welt so aufgebaut ist, wir wissen das und das reicht auch schon. Also, das höchste Göttliche, die reine Liebe, guckt auf diese Projektionsfläche und erlebt Dinge. Nun hast du vielleicht erlebt, wie deine Mutter sehr gelitten hat darunter, dass du ankommst auf dieser Welt, dass die Mutter wird oder je nachdem, wie die Mutter wird. Das ist eine Möglichkeit, eine sehr gut verständliche Möglichkeit, wie so etwas geschehen kann, dass wir dann so dunkle Seiten in uns sehen. Deine Mutter hat gelitten, sie war auch hin und her gerissen. Einerseits hat sie Liebe gespürt für dich, aber andererseits auch tiefe Abneigung, weil du für den Mann beispielsweise gestanden bist, den sie eben nicht mehr in ihrem Leben haben wollte oder vielleicht sogar gar nie in ihrem Leben haben wollte. Du standest für die Schwere von einer Situation, die nun noch weniger leicht aufzulösen wäre für dein Leben, das sie sich nicht gewählt hat. Irgendwas in diese Richtung. Wie hast du wohl deine Projektionsfläche gefüllt, dein Ausmalbuch über dich selbst? Was für eine Farbe hast du da gekriegt? Blutrot? Blutkohlenschwarz? Weisst du, wie ich meine? Und was für eine Ausstrahlung hat da dein Wesen bekommen? Weil dieses Ausmalbuch, wie ich es scherzhaft nenne hier, das ist mehr als einfach nur eine leblose Fläche. Was wir hier zeichnen, das lebt, das beeinflusst uns, das ist unser Wesen. Das heisst, wir gestalten tatsächlich aus unserem göttlichen Selbst heraus unser Wesen, aufgrund von dem, was wir erleben. Und dementsprechend gestalten wir unsere eigenen Dämonen in uns, unsere eigenen destruktiven Kräfte, aufgrund von dem, was wir erlebt haben. Was wiederum nicht heisst, dass du irgendwann mal doof genug warst, sowas Dunkles über dich zu denken, sondern das war einfach der Lauf der Dinge. Du hast Dinge erlebt, du wurdest, warst nicht willkommen, oder wurdest ausgegrenzt, man war nicht zufrieden mit dir, wenn du nicht besondere Anstrengungen unternommen hast, irgendwie anders oder besser zu sein. Dir ist aus Versehen mal eine heisse Pfanne Wasser über den Fuss geschüttet worden, können auch solche Dinge sein, ja, und alles interpretieren wir als, oh, ich muss wohl ziemlich übel sein, ich muss wohl ziemlich schlecht sein, ich bin dumm, ich bin schlecht, ich bin nicht willkommen und deshalb eklig und so weiter und alle diese Glaubenssätze verankern sich in uns, nicht nur wie Programmierung, wie es viele Bücher erzählen, das stimmt nicht, das sind nicht einfach Programmierungen, sondern das ist ganz lebendig, das ist eine viel lebendigere Sache, als viele noch begreifen und das ist ganz wichtig, das zu begreifen. Diese Felder quasi, in denen wir diese Geschichte schreiben, als betrachtende Göttlichkeit, die durch dieses Leben geht, die sind lebendig und alle in Bezug zueinander und da geschehen Dinge und da gibt es das Gesetz von Resonanz beispielsweise und diese Dunkelheit, die wir in uns kreieren, zieht dann auch wieder dunkle Ereignisse an und die bestätigt uns dann wieder, dass wir wirklich schlecht sind und dass wir da wirklich dunkel sind und das ganze Ding wird immer schwerer und dann können wir jeden Morgen frisch, fröhlich zehn Affirmationssätze draufhauen, voller Inbrunst in uns hinein gelegt und es ändert sich nichts weil so funktioniert das Ganze nicht wir können das nicht umprogrammieren das ist kein Computer das ist ein lebendiges Wesen jetzt fühlst du nochmal zur Hand die auf deinem Magen liegt du fühlst nochmal den Raum in deinem Magen du fühlst nochmal die Spannung oder das Düstere was du da entdecken kannst und wenn du jetzt nichts entdecken kannst außer Licht und Liebe dann hat es einfach damit zu tun dass das was da ist für dich noch nicht bewusst zugänglich ist weil du noch keinen Weg gefunden hast mit so viel Dunkelheit umzugehen da ist sie ist da und wenn du jetzt in dieser Position bist dass du glaubst dass da nur Licht wäre dann bitte ich dich mal durch dieses Licht hindurch zu fühlen und sehr aufrichtig zu werden und mutig um zu erspüren ob dahinter nicht doch noch was anderes wäre und ich wette mit dir du wirst was finden wenn du wirklich in diese Haltung kommst von egal was es ist ich bin wirklich bereit das zu sehen so wie ändern wir das Ganze jetzt wie können wir Heilung verursachen hier oder zulassen muss man besser sagen weil Heilung ist etwas Natürliches durch sein durch anerkennen in Kontakt gehen und sein das heißt du erkennst an dass hier Spannungen dass hier Dunkles in dir ist ganz klar du bist ja in Kontakt damit also du spürst es ja und dadurch gehst du auch in Kontakt du machst dich entspannt du bist einverstanden damit du lässt dich berühren das ist jetzt nur beschreibend das heißt nicht dass du jetzt etwas anderes tun musst als du eh gerade schon tust aber du lässt dich wirklich berühren in den Momenten du kannst es nachfühlen was ich meine du lässt dich wirklich berühren von deinen Schattenseiten und deine Schattenseiten werden berührt von dir sie werden berührt von deinem Sein und das heißt von der höchsten Göttlichkeit und von Liebe das heißt in dem Moment berührt sich das Wahrnehmende und die Projektionsfläche in der diese Art von Leben entsteht wie wir sie leben und da geschieht ein Wunder weil jetzt berührt die reine Göttlichkeit direkt das Feld in dem das Leben innerlich und äußerlich das Leben im Außen also das was wir betrachten können entsteht und dann entsteht Heilung weil das Feld dann erfüllt wird von der Wahrheit über dein Sein also das Ganze hat wie auch einen befruchtenden Aspekt könnte man schon sagen indem du mit deinem Sein wirklich ganz mit dem Feld in Kontakt kommst wird das Feld befruchtet von der Wahrheit von echter von der höchsten Liebe von Göttlichkeit von Licht verstehst du wie ich das meine kannst du das spüren in dir ich denke ja in dem Moment geschieht das genau an diesem tief dunklen Punkt der mit deinem physischen Magen verbunden ist geschieht jetzt diese Berührung zwischen Sein und dem Feld in dem das Leben in Form und Zeit entsteht ganz ruhig es ist alles gut es ist alles gut du machst es perfekt jetzt kommt eben dieser nächste Aspekt dazu von Geduld wie ein Gärtner oder eine Gärtnerin du hast in diesem Moment gepflanzt du hast gepflanzt und gewässert und die Sonne scheint es ist alles da und der Rest wird geschehen du hast für heute deinen Impuls gesetzt so funktioniert tatsächlich Heilung und vielleicht wirst du ein Weilchen brauchen um damit klar zu kommen dass das wirklich so funktioniert vielleicht wirst du dein ganzes Weltbild umsortieren müssen um dieser erlebbaren Wahrheit Raum zu geben und das zu integrieren aber es lohnt sich es lohnt sich und ich wünsche dir vom ganzen Herzen dass du immer wieder zurück kommst zu dieser Art von Heilung entweder hier im Podcast oder in den fast schon wöchentlichen Gruppen die wir machen im Moment noch Samstag Morgen jeweils es wird dann aber auch noch andere Zeiten geben oder vielleicht wenn du das Gefühl hast du brauchst ganz dringend ganz direkte Unterstützung auch auch in Einzelsitzungen mit mir Hauptsache du findest deinen Weg du findest deinen Weg immer wieder hierher zurück zu kommen und ich kann dir versichern mit dem Setzen von diesen Impulsen auf diese Art wie wir es jetzt hier gemacht haben in dieser inneren Reise wird sich dein Leben grundlegend verändern diese Felder von denen die Physik spricht auch tatsächlich die heissen ja Felder in der Physik das ist dein Karten in dir schau mal er ist verwahrlost es hat schmerzhafte Unkräuter sind hier gewachsen schwarze aggressive Ranken aber keine Angst keine Angst du wirst niemals damit kämpfen müssen weil deine Wahrheit die Wahrheit über dein Sein wenn dein Sein hier hinkommt und diesen Boden befruchtet das ist stärker als alle Vorstellungen weil jede schwarze Ranke und alles Traurige und Böse in dir ist nur aus einer Vorstellung entstanden ist eine Illusion tatsächlich aber eine wirksame weil diese Illusion in diesem Feld wirklich wirkt aber wenn hier die Wahrheit diesen Boden befruchtet dann hat die Illusion keine Chance mehr und zum guten Glück macht das nicht zack und alles ist weg und du hast in einem völligen Schock die Wahrheit in dieses Feld hineingebracht sondern dieses Feld verhält sich eben auch wie ein Garten wie ein Boden der bepflanzt wird und ganz langsam ändert sich das durch alle Impulse die du setzt wenn du immer wieder hierher zurückkommst am besten zumindest anfangs immer mit diesen geführten Meditationen und immer wieder diese Impulse setzt diesen Boden mit der Wahrheit über dein Sein befruchtest dann wird sich dein Leben grundlegend verändern auf allen Ebenen so jetzt nimmst du dir bitte ein bisschen Zeit um einfach nochmal tief durchzuatmen in dich hinein zu fühlen und nimm wahr was ist passiert was hat dieser Kontakt dieses Befruchten vom Feld mit der Wahrheit in dir schon ausgelöst und ich kann dir sagen das wird weitergehen vielleicht spürst du dieses Buseln diese Aktivität in dir das breitet sich aus und beobachte das weiter das wird die nächsten Tage und Nächte wird das weitergehen und du kannst das immer beobachten und dadurch kommst du wirklich in einen Bezug zu deinem inneren Garten dann kannst du dich bitte bedanken in dir für das was du hier erleben dürftest dann teilst du dir mit dass du mit deiner Aufmerksamkeit jetzt gerne wieder in die Welt draussen kommen möchtest und in dem Moment wo du dir das innerlich mitteilst kommt auch schon die entsprechende Bewegung dazu und wenn dann der Moment gekommen ist wo du deine Augen öffnen möchtest dann tust du das es war mir eine Ehre diese innere Reise mit dir zusammen zu machen wie schön dass du dich auf den Weg gemacht hast die Wahrheit über dein Sein über dein Wesen zu erkennen wie schön dass wir gemeinsam auf diesem wunderschönen Weg und in diesem großen Abenteuer leben sind ich freue mich auf nächste Woche alles Liebe dein Ramon bis zum nächsten Bis zum nächsten Bis zum nächsten